Hallo, ja, ich wollte mich nochmal zu Jean-Paul Sartre melden, weil ich wollte das ja möglichst bald jetzt aufklären sozusagen und erklären, was so dahinter steckt. Ja gut, erstmal, ich fand einfach die Zeichnungen, als die so spontan beim Lesen entstanden sind, die fand ich erstmal einfach toll und sie sind ja auch, denke ich, lustig und gefallen wahrscheinlich vielen Leuten. Und ja, jetzt dazu, was dahinter steckt. Also erstmal muss man wissen, dass Sartre denkt, dass wir auf zwei Ebenen existieren. Einmal als Sache und einmal als Mensch, so würde ich das jetzt ganz einfach sagen. Paul Sartre benutzt vielleicht andere Begriffe, aber so in der Art meint er das. Also wir existieren als Sache und das ist so, da haben wir jetzt alles, sind Sachen, auf die wir auch keinen Einfluss haben. Das ist zum Beispiel, dass wir atmen müssen und dass wir trinken müssen und essen müssen, um existieren zu können. Das kennzeichnet uns als Sache, das, was uns als Sache kennzeichnet, sind alle diese Dinge, die wir mit Dingen und eventuell auch Tieren gemeinsam haben. Das kommt dann darauf an, ob man sagt, dass Tiere ein Bewusstsein haben oder nicht. Streiten sich ja manche drüber. Aber alle diese Sachen, die jetzt einfach da sind und die wir nicht ändern können an uns, die sind an uns Sache. Und das, was wir ändern können, das Bewusstsein, das ist das Andere, das ist der Mensch in uns, dass wir einen freien Willen haben, dass wir frei sind, dass wir, also Sartre hat auch gesagt, das Kennzeichen des Menschen ist die Freiheit. Dass wir die Freiheit haben, dass wir die Freiheit haben, so sein zu können, wie wir sein wollen. Und auf diesen beiden Ebenen existieren wir halt. Wir haben erstmal diese Erbanlagen und alles, unseren Körper, was uns ausmacht, diese biologischen Grundlagen, da kommen wir auch nicht von weg. Das ist so da und das ist unser Objekt, unsere Existenz als Objektcharakter. Aber dann haben wir auch noch diese menschliche Existenz als Subjektcharakter. Und wenn jetzt, ah ja, erst noch den Satz dazwischen, so der Mensch läuft jetzt so in der Gegend herum und interessiert sich eigentlich dafür, gibt es auch noch andere Menschen? Oder sind das andere, alles, was ich hier so sehe, sind das alles Objekte? Das ist eine Sache, die der Mensch ganz interessant findet. Und wenn der Mensch jetzt einen Menschen sieht und er ihn als Menschen sieht, wenn er sieht, dass es ein Mensch ist, wenn er diesen Subjektcharakter erkennt, A, das ist ein Mensch, der lebt in Freiheit, der hat sich ausgewählt, wie er lebt und wie er sein Leben gestaltet. Wenn wir das sehen bei einem anderen Menschen, dann besteht die Möglichkeit, dass wir uns in diesen Menschen verlieben. Und zwar haben wir dann erkannt, dass es ein Mensch ist, das finden wir erstmal ganz toll, weil wir dann wissen, dass wir nicht alleine sind als Menschen und dass um uns herum nicht nur Objekte sind. Und wenn wir das erkannt haben, können wir uns halt in den Verlieben. Und das bedeutet, wir wünschen uns, dass der andere Mensch uns auf der Mensch-Ebene auch liebt. Und ja, das ist nämlich, das ist dann aber ein bisschen kompliziert, weil, wie sollen wir den anderen Menschen dazu bekommen, dass er uns liebt? Das weiß der Mensch nicht. Und da gibt es dann zwei verschiedene Strategien und die habe ich im Grunde genommen in den Bildern dargestellt. Das erste Bild stellt dar, dass der Mensch den anderen Menschen als Menschen erkennt und sieht. Und dann sagt er, okay, ich will diesen Mensch als Objekt besitzen. Ich gehe da hin und sage, ich bin der Hammer und ich möchte dich jetzt wie ein Nagel nageln, wie ein Objekt benutzen. Und mir ist so, ja, und das Problem dann daran ist, dass der menschliche Charakter des anderen Menschen verschwindet. Und dann hat der Mensch das Problem, dass er wieder am Anfang steht. Er hat einen anderen Menschen gesucht, aber er hat keinen anderen Menschen gefunden, weil er ihn zum Objekt gemacht hat. Und dann ist sein Problem, dieser gefundene Mensch ist wieder Objekt und er ist wieder allein. Dann könnte er im Grunde genommen auch, ja, eine Gummipuppe benutzen. Wenn es jetzt ein Mann wäre, der eine Frau gefunden hat und sie dann als Strategie zu einem Objekt wieder herunterwertet. Dann könnte er im Grunde genommen auch sagen, ja, wenn das so ist, dann kann ich eigentlich auch eine Gummipuppe benutzen. Weil die Gummipuppe ist von Anfang an ein Objekt, warum mache ich mir dann überhaupt die Mühe, ja, einen Menschen zu finden. Und darum wird der Mensch so nicht glücklich. Das verstehen wir nicht unter Liebe. Und der andere Fall ist, der mit dem Nagel, da soll das so gemeint sein, dass der Nagel im Grunde genommen bereit ist, eine Schraube zu werden, damit der Schraubenzieher sie reinschrauben kann und benutzen kann. Da ist jetzt das Problem, dann kann das wieder vom Schraubenzieher aus keine Liebe sein. Dann findet der Schraubenzieher das uninteressant, weil ja der, der den einen liebt und zurückgeliebt werden möchte, sich zum Objekt macht. Er kann dadurch vom anderen Menschen nicht als Mensch wahrgenommen werden und dadurch ist dann wieder das Problem, dass es nicht funktioniert. Und in diesem Paradox steckt der Mensch dauernd, wenn er auf der Suche nach Liebe ist, dass diese Art von Liebe eigentlich unmöglich ist. Das sind jetzt auch noch die zwei einfachsten Fälle. Sartre sagt, meistens ist es ja noch komplizierter. Beide spielen so ein bisschen beide Rollen. Und man geht zum anderen hin, verändert sich, nimmt sozusagen ein Stück der Freiheit weg, indem man den anderen umwirbt, spielt dann, schauspielert. Und diese ganze Kompliziertheit sorgt dafür, dass dann die Liebe sozusagen dauernd in dieser Sackgasse endet, dass man sich irgendwo gegenseitig belügt und dass man nicht das findet, was man sucht, nämlich einen anderen Menschen. Der einen auch als anderen Menschen erkennt und dass dann beide füreinander das gleiche empfinden und zwar für das Subjekt und nicht für mich als Objekt. Also auf dieser Mensch-Ebene. Und dass der andere nicht meine Objekt-Ebene gut findet, sondern meine Mensch-Ebene wirklich. Und das ist das große Problem. Und Sartre sagt, das ist aber auch vielleicht insofern eine Chance, wenn man sich darüber bewusst wird. Dann kann man das vielleicht umgehen. Und ansonsten, sagt er, ist halt durch diese Komplexität das Problem, durch dieses Paradox, dass man, dass Liebe immer nur kurzzeitig möglich ist und sehr brüchig ist. Und bis eben diese Lügen auffallen oder bis der Part, der zum Objekt gemacht wird, das nicht mehr mitmachen möchte. Und ja, dadurch hat das immer so eine Brüchigkeit. Und das wollte ich im Grunde genommen damit zeigen oder beziehungsweise das ging mir durch den Kopf, weil ich hatte nebenbei Sartre gelesen und habe mir Notizen gemacht. Und auch als Notiz habe ich dann irgendwann diese Zeichnung angefertigt, weil mir das so plötzlich in den Kopf kam. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, damit das nicht falsch verstanden wird. Es könnte vielleicht so rüberkommen, dass hier die Werkzeuge, der Hammer und der Schraubenzieher generell immer der männliche Part sind und der Nagel und die Schraube jeweils der weibliche Part. Das ist von mir nicht so gemeint und nicht so beabsichtigt, obwohl ich den Eindruck habe, dass leicht dieser Eindruck entstehen kann, dass das so gemeint ist. Darum wollte ich es hier nochmal ganz explizit sagen. Es ist nicht gesagt, wer welcher Part ist. Beide sind in beiden Rollen denkbar. Beide sind in beiden Rollen denkbar.